Freunde, kannst du heute ein Video finden? Boah, oh, was meint ihr? Summer hat gelungen, man hat nicht mehr ansatzweise die Wahrheit gesagt, ja. Aber vielleicht ist es auch daran, Summer einfach zu viele Drohungen genommen hat. Guck dir den Jungen doch an, 2019, 20, 8 und seine Hype-Zeiten. Wo der Junge die ganze Zeit coolt ihn, Jackie, pur in Treppenflur, keine Ahnung, Teledin, sonst irgendwas genau hat mit Capital Bra. Glaubst du, so sein benebelter Schäbel, rafft er noch irgendwas? Man erinnert sich nicht, man hilft an die Zeit, man. Er weiß 2019, 20, gar nichts mehr. Und 21, auch noch nichts mehr. Was soll der Junge dir großartig erzählen? Natürlich muss er sich dann irgendwas aus dem Arsch ziehen. Wenn man durch den Drogenkonsum ein komplettes Gedächtnis verloren hat. Als nicht-drogensüchtiger Superstar weiß man das natürlich nicht. Aber dafür sollte man schon Verständnis haben, meiner Meinung nach. Wenn du von 0 auf 100 Millionen kommst, dann bist du natürlich auch komplett gehypt und kommst damit erstmal nicht klar, Mann. Eine ganz natürliche Reaktion. Okay, meine Freunde, das warst du wie du von nur einem Boss. Abonniere und gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, 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 meine Freunde.